Nein, der Schober, der Schröder, lange nicht gesehen, setz dich. Wie geht's dir? Wo ist es? Und hier? Blende, setz dich. Mein Haus, mein Schlafzimmer, mein Bad. Mein Haus, mein Schlafzimmer, mein Bad, meine Küche, meine Garage und mein Partyroom. In der Schule, da warst du doch so ein Versager. Meine Ausbildung.